Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Die Amazon Prime Days stehen kurz bevor und zwar am 11. und 12. Oktober ist es soweit. Da wird Amazon wieder die Prime Days starten und hier wird es wieder Angebote hageln, sage ich euch. Deswegen, wir werden dabei sein. Falls du diese Deals nicht verpassen möchtest, schau dir gerne dieses Video an. Ich zeige dir, wie du von diesen Deals profitieren kannst und diese gewinnbringend weiterverkaufen kannst. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Freunde, wie angesprochen geht es heute um die Amazon Prime Days und die vergangenen Deals, die ich mit euch bereits geteilt habe. Um hier zu schauen, wie sich der Preis entwickelt hat in der Vergangenheit. Konnte man günstig kaufen, um diese jetzt gewinnbringend weiter zu verkaufen? Das erfährst du in diesem Video. Falls dir dieses Format gefällt, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. So motiviert mich das für viele weitere Videos und du kannst das mit vielen weiteren Leuten teilen. Ja, die Amazon Prime Days stehen kurz bevor am 11. und 12. Oktober dieses Jahres finden diese statt. Und hier kann man besonders viele profitable Produkte kaufen bei Amazon, um diese gewinnbringend, wie gesagt, weiter zu verkaufen. Und in vielen meiner Videos zeige ich dir, wie du das machen kannst. Du kannst ja auch sehen, wie du hier beispielsweise bei Ebay oder Amazon diese Produkte weiterverkaufen kannst, wie du diese einstellen kannst und vieles mehr. Deshalb schau dir gerne diese Videos an, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. So, und falls du dich für den Newsletter anmelden möchtest und diese Deals empfangen möchtest, kostenlos und unverbindlich direkt auf dein Handy, per WhatsApp oder Telegram, dann findest du alle Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Mach das einfach und dann kannst du davon profitieren, falls du Lust hast. Und dann lasst uns einfach mal die vergangenen Deals anschauen. Ich habe hier wieder mal gepostet und geteilt mit euch. Und zwar sind das Deals aus dem September und Oktober bereits teilweise. Und beginnen möchte ich hier mit so einer Kühlbox. So eine Kühlbox, diese gab es mal für 60,99 Euro. Genauso habe ich das mit euch geteilt. Dann ging sie hier teilweise auf knapp 90 Euro hoch. Stand jetzt steht die bei knapp 130 Euro. Ja, diese wird vielleicht gerade nicht so unbedingt gebraucht, aber dennoch ist der Preis sehr hoch. Wir sehen hier, die Bewertungen von diesem Produkt sind auch gut. Darauf solltet ihr auch generell immer achten, falls ihr auch eigene Deals mal findet, die günstig sind. Hier ist es wichtig, dass die Bewertungen hoch sind. Und hier sieht man auch an der Historie, dass dieses Produkt auch einfach sehr lange schon gelistet ist und nie unter diesem Preis stand. Das war so der Bestpreis in der Vergangenheit. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Kühlbox auch im nächsten Sommer oder vielleicht jetzt auch im Winter von vielen gekauft wird. Und auf jeden Fall ein gutes Produkt gewesen. Was gab es hier? Es stand zu dem Zeitpunkt, wo ich das mit euch geteilt habe. gab es hier einen möglichen Reseller-Gewinn von 10 bis 20 Euro, was durchaus realistisch ist. Und deshalb war das ein sehr gutes Angebot. So, falls du nicht weißt, welches Tool ich hier nutze zum Analysieren und einfach die Preishistorie mir anzuschauen, dann werde ich dir das hier oben in der Infobox verlinken, so dass du siehst, welches Tool das ist. Es ist kostenlos und du kannst das für deinen Browser installieren und das nutzen. So, kommen wir zum nächsten Deal. Und zwar ging es hier um so ein Taschenmesser. Gab es auch für einen sehr guten Preis. Und zwar sehr oft. Ihr seht es hier, die Dips nach unten gab es hier sehr oft für knapp 44 oder 45 Euro. Genau so habe ich das mit euch geteilt. Und ein möglicher Reseller-Gewinn war immer so an knapp 80 Euro, wie der Preis ja jetzt auch ist. Deshalb ein möglicher Reseller-Gewinn 15 bis 20 Euro. Durchaus realistisch. Und wir sehen auch hier jetzt, der Preis ist stabil und seit Mitte September dementsprechend auch so hier gelistet. Kommen wir zum nächsten Deal. Und zwar von Lego Ninjago hier. So ein Set oder was ist das? Achso, DVDs sind das tatsächlich sogar. 13 DVDs gab es für 29,97. Ihr seht es hier, genau da war das nämlich. Dann ist es kurzzeitig wieder über 60 Euro gewesen. Und Stand jetzt ist es hier bei knapp, ja, oder über 40 Euro. Wobei hier ist einer auch für 39,99 anbietet. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese DVDs auch fürs Weihnachtsgeschäft nochmal ein bisschen höher sein werden. Dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, hat nichts falsch gemacht. Möglicher Reseller-Gewinn von circa 20 Euro. Wenn der Preis bei circa 70 Euro sein wird. Deshalb hier einfach mal abwarten. Ich denke, da wird sich noch was ergeben. So, nächster Deal. Und zwar von, nicht mal Amazon, sondern von alza.de. Ein Onlineshop, ein recht großer Onlineshop. Hier gab es diesen Beura, ja, Luftfilter. Für 40,90 Euro stand jetzt 100 Euro mehr. Dieser wird auf anderen Marktplätzen so um die 100 Euro verkauft. Deshalb, wenn man hier für 40 Euro gekauft hat, hat man einen möglichen Reseller-Gewinn von circa 30 Euro. Was durchaus realistisch war. War natürlich schnell vergriffen und dementsprechend jetzt auch preislich sehr hoch. Viele nutzen sowas. Kommen wir zum nächsten Deal. Und zwar hier ein OnePlus 9. Ein Telefon. Vielleicht kennst du den einen oder anderen. Viele kennen diese Marke nicht. Aber ihr seht es hier. Ein Top-Modell. Ich nutze selbst ein OnePlus bislang noch. Und bin damit super zufrieden. Dieses Handy gab es hier für 432 Euro. Wenn man ein 150 Euro Coupon noch genutzt hat von Amazon. Das seht ihr meistens hier unter dem Preis. Direkt könnt ihr das mit einem Häkchen aktivieren. Sowas ist nur kurzfristig mal da. Und dann ist es mal wieder weg. Deshalb, hier konnte man das anwenden. Und dementsprechend hat man das Handy, wie gesagt, für 432 Euro bekommen. Möglicher Reseller-Gewinn war hier 50 bis 100 Euro sogar. Weil der Preis hier, wie gesagt, bei über 500 Euro immer stand. Und stand jetzt, seht ihr auch hier, bei knapp 570 Euro. Und deshalb ein sehr guter Deal gewesen, der leider auch schnell vorbei gewesen ist. Wer hier zugeschlagen hat, hat natürlich auch nichts falsch gemacht. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ein Mikrofon. Und dieses gab es für 55 Euro. Auch hier können wir uns die Historie nochmal anschauen. Genau hier war das. Dann ist das Ding wieder bei knapp 80 Euro gewesen. Hält sich auch dementsprechend gerade noch so. Und ein möglicher Reseller-Gewinn hier von 10 Euro mit einer Investition von 50 Euro. 10 Euro Gewinn ist recht gut. Kommen wir zum nächsten Produkt. Ein Headset, was öfters vorkommt. Und zwar gab es das für, ihr seht es hier, man kann das sogar hier sehen, ganz leicht, für 15,91 Euro. Genau so habe ich das mit euch geteilt. Ihr seht es hier, es kann teilweise nur ein paar Stunden dauern. Hier waren es vielleicht circa 2 Stunden und schon war das Angebot weg. Das Produkt war dann wieder bei 39, dann wieder bei 45. Stand jetzt steht es bei 32 Euro. Und hier habe ich auch ein möglicher Reseller-Gewinn angegeben von 5 bis 10 Euro, was durchaus realistisch ist. Ihr seht es hier, 32 Euro. Das Produkt ist aber bei Amazon nicht verfügbar. Andere bieten es für über 40 Euro an. Dementsprechend auch hier ein sehr profitables Produkt gewesen zum Weiterverkauf. Kommen wir zum nächsten Deal und zwar von Depot. Ein unüblicher Deal, aber hier gab es echt einen Bombendeal. Und zwar hat man hier Teelichter kaufen können. Und zwar ist das immer ein Set von 100 Stück. Man hat ja 10 Mal kaufen können oder auch mehr. Aber wenn man mehrere Bestellungen gemacht hat, je 10 Stück, 10 Sets, dann war man hier bei 1000 Teelichtern. Und das hat gekostet mit Anwendung von Gutschein 39,90 Euro. Ja, Verkaufspreis für dieses Produkt liegt um, ja, zwischen 70 und 90 Euro. Dementsprechend ein möglicher Reseller-Gewinn von 15 bis 30 Euro. Sehr große Spanne habe ich hier angegeben. Jedoch sehr realistisch mit einer Investition von knapp 40 Euro hier 15 bis 30 Euro zu machen, ist sehr, sehr gut gewesen. Hier haben viele zugeschlagen und, ja, sehr gutes Produkt jetzt vor allem für die Weihnachtszeit wird das super laufen. Alles richtig gemacht, wer hier zugeschlagen hat. Kommen wir zum nächsten Produkt und zwar hier von Mega. Und das ist so ein Lego-Ersatz, würde ich mal sagen. Ist auch sehr gutes Produkt. Ihr seht hier auch Bewertungen wieder super. Hier gab es einen Dip nach unten und zwar gab es dieses Set, was ja recht groß ist für 22,99 Euro. Genau so habe ich das auch mit euch geteilt. Vergleichbare Preise waren, ja, um die 50 Euro und teilweise sogar an die 70 Euro. Ihr seht es hier. Manche bieten das hier bei knapp 70 Euro an. Stand jetzt ist es wieder bei 47 Euro. So ungefähr habe ich das auch angesetzt. Möglicher Reseller-Gewinn von 10 Euro. Sehr realistisch gewesen. Deshalb, wer hier zugeschlagen hat, hat auch nichts falsch gemacht. Ihr könnt es einfach mal hier ein Jahr zurückschauen. Diesen Preis gab es noch nie über ein Jahr hinaus und deshalb super Produkt. Ein weiteres unübliches Produkt, auch ein größeres Produkt, also auch nicht für jeden, was der gerne kleine Sachen verschicken möchte, ist sowas natürlich etwas unhandlich und vielleicht von der Paketgröße auch ein bisschen zu groß, weil man hier definitiv ein bisschen mehr Versand auch bezahlen muss. Jedoch gab es das für knapp 50 Euro, also für 49,99 Euro plus Versandkosten. Hier ein Tipp von mir, falls ihr bei Lidl Versandkosten sparen möchtet, sagt einfach bei der Lidl Kasse, also wenn ihr bei Lidl einkauft, bei dem Discounter, an der Kasse sagt ihr einfach, ich möchte online was bestellen, können sie mir einen Gutschein ausstellen. Die können direkt euch an der Kasse über einen Kassenzettel einen Gutschein ausstellen, so könnt ihr euch Versandkosten sparen. Diesen Trick habe ich schon öfters angewendet und funktioniert super, aber auch hier in dem Fall waren die Versandkosten von knapp 5 Euro gar nicht so schlimm, weil man hätte hier viele Produkte gleichzeitig, also bis 10 Produkte direkt bestellen können und die Versandkosten bleiben die gleichen. Ihr seht es hier, der Preis ist wieder bei knapp 80 Euro, aber das Produkt ist eh ausverkauft. Vergleichbare Preise habe ich hier bei Idealo für 142 Euro gekostet, UVP seht ihr hier bei knapp 190 Euro gewesen. Deshalb ein sehr gutes Produkt, vielleicht auch was für Ebay Kleinanzeigen, da weiter zu verkaufen, falls man es nicht verschicken möchte. Dann hier per Abholung, möglicher Resellergewinn von 20 bis 30 Euro, definitiv wert gewesen und wer hier zugeschlagen hat, hat auch nichts falsch gemacht. Kommen wir zum nächsten Produkt, das sind schon die ersten Prime Day Produkte, hier macht das Amazon immer so strategisch, dass die erstmal ihre eigenen Produkte schon vor den Prime Days reduzieren. Ihr seht es hier, das Ganze hat hier schon Ende September gestartet und dieser Stick hier kostet in der Regel regulär bei knapp 65 Euro. Stand jetzt bekommt ihr den für 33, also knapp die Hälfte und was durchaus möglich ist, diesen hier zuzuschlagen. Vergleichbare Preise habe ich gesehen, sind bei Ebay ab 55 Euro und so weiter, deshalb möglicher Resellergewinn hier bei knapp 10 Euro, was recht gut ist für diesen Einkaufspreis und dementsprechend hier könnt ihr sogar noch zuschlagen. Ich packe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung, so dass ihr hier direkt auf dieses Produkt kommt. Und das nächste Produkt trifft auch darauf zu, dass es hier auch wieder um Amazon Produkte sich handelt. Dieses Produkt ist sehr wenig gelistet, warum? Weil es einfach so ein Set ist von zwei verschiedenen Produkten für 55,99 Euro. Man muss hier differenzieren und zwar würde man glaube ich beide Produkte separat bekommen, beziehungsweise in zwei separaten Paketen oder originalen Verpackungen. Und hier hat jedes Produkt seinen eigenen Preis, so habe ich das auch im Deal gezeigt. Und zwar diese Kamera gibt es für vergleichbare Preise von 55 Euro, teilweise sogar ab 80 Euro. Und diese Klingel mit der Kamera, das ist die rechts davon, die gibt es für, ja, ab 50 Euro ungefähr zu haben. Und ihr seht hier alleine schon beide Produkte, wenn man das vergleichbar betrachtet, hat man hier einen möglichen Resellergewinn von 30 bis 50 Euro tatsächlich. Ihr könnt auch hier unten in der Beschreibung einfach mal schauen, was diese Produkte separat kosten. Das öffnen wir uns mal kurz. Alleine die Klingel kostet jetzt, die auch im Angebot ist, regulärer Preis bei 60 Euro für 41 Euro. Und diese Kamera kostet alleine schon 55,99 Euro. Deshalb hier kriegt man quasi die Klingel geschenkt, ja, für den gleichen Preis. Und deshalb auf jeden Fall ein möglicher Resellergewinn von, ja, 30 bis 50 Euro, wie ich schon gesagt habe. Deshalb auch hier sehr, sehr profitabel gewesen. Ihr seht, viele Deals sind profitabel, wenn man diese hier günstig kauft und weiterverkauft. Deswegen seid unbedingt dabei hier bei den Prime Days, verpasst diese unbedingt nicht. Stellt euch am besten einen Klingel oder tretet einfach dem Newsletter bei, sodass ihr die Deals direkt von mir erhaltet. Und so haben wir zusammen Spaß beim Kaufen und Verkaufen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken dafür, dass ihr so zahlreich dabei seid und diesen Newsletter nutzt und in Anspruch nimmt. Ich freue mich immer über neue Nutzer und über neue Interessenten, die das gerne sehen möchten und beziehungsweise hier am Handeln teilnehmen möchten. Falls du keine Videos verpassen möchtest weiterhin, wie gesagt, abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist.